Hallo, ich bin Ricarda Hofer von der Südtiroler Volksbank. Heute geht es um Anleihen, manchmal auch Schuldverschreibungen bzw. Bonds genannt. Dabei handelt es sich um andere Finanzprodukte als Aktien, über die wir bereits in einem anderen Video gesprochen haben. Anleihen werden häufig in Zeitungen oder Nachrichten erwähnt, dass sie auch von Staaten ausgegeben werden können, was sowohl auf politisches als auch auf wirtschaftliches Interesse stößt. Habt ihr zum Beispiel schon mal vom Spread BTV Band gehört? Wahrscheinlich schon. Der BTV, kurz für Buoni Polienali del Tesoro, von dem hier die Rede ist, ist eine Anleihe des italienischen Staates mit einer Laufzeit von 10 Jahren, während der Band das Pendant aus Deutschland ist. Mit dem Konzept der Anleihen sind sehr berühmte Aussagen verbunden, wie die des damaligen EZB-Präsidenten Mario Draghi, der mit seinem Whatever It Takes den internationalen Anlegern seine Bereitschaft signalisierte, die europäischen Volkswirtschaften auch durch den Kauf von Staatsanleihen zu unterstützen. Das war vor circa 10 Jahren. Seitdem hat sich einiges verändert, aber das Thema Spread ist nach wie vor aktuell. Beginnen wir mit den Basics. Eine Anleihe ist im Grunde genommen ein Darlehen. Sie hat eine feste Laufzeit und einen Zinssatz. Der Anleger bzw. Käufer der Anleihe leiht dem Herausgeber, auch Emittent genannt, seine Geldmittel. Für den Emittenten der Anleihe ist dies eine alternative Finanzierungsmethode zu Bankkrediten. Diese Finanzinstrumente können nicht nur von Staaten, sondern auch von Banken, Unternehmen oder zwischenstaatlichen Organisationen herausgegeben werden. So zum Beispiel die jüngsten Next Generation EU Green Bonds, die von der Europäischen Kommission zur Förderung des Wachstums in den Mitgliedstaaten ausgegeben wurde. Anleihen können entweder festverzinslich oder variabel verzinst sein. Festverzinsliche Anleihen werfen Zinsen ab, die auf der Grundlage eines vorher festgelegten Zinssatzes berechnet werden, der sich während der Laufzeit der Anleihe nicht ändert. Im Allgemeinen werden bei dieser Art von Anleihen Renditen in Form von Zinscoupons erzielt. Nehmen wir ein Beispiel. Wir wollen eine festverzinsliche Anleihe mit einem Zinssatz von 3,5% und einer Laufzeit von 5 Jahren kaufen. In diesem Fall erhalten wir jedes Jahr einen Zinsfluss von 3,5% des Nennwerts der Anleihe, also jenen Betrag, den der Emittent dem Käufer der Anleihe schuldet. Die Rendite hängt von den Preisschwankungen der Anleihe ab. Der Preis einer Anleihe kann nämlich im Laufe der Zeit variieren, so dass sie einen Bond zu einem bestimmten Preis gekauft haben, ihn aber auf dem Markt zu einem höheren oder niedrigen Preis verkaufen. Neben den festverzinslichen Anleihen gibt es auch variabelverzinste Anleihen. Der Zinsfluss dieser Anleihen ist an Marktindikatoren gekoppelt, die die Rendite verändern können, wie etwa die Inflation. In diesem Fall handelt es sich um inflationsgebundene Anleihen. Das sind Werbpapiere, die Anleger vor der Inflation schützen sollten. Sie werden hauptsächlich von souveränen Regierungen wie jene der USA, Deutschlands, Italiens, des Vereinigten Königreichs und anderer Länder ausgegeben. Wenden wir uns nun der Art und Weise zu, wie Anleihen erworben werden. Anleihen können auf zwei Arten gekauft werden. Auf dem Primärmarkt, das heißt durch den Kauf zum Zeitpunkt des ersten Angebots auf dem Markt, oder auf dem Sekundärmarkt, das heißt durch den Kauf zu einem Zeitpunkt nach der Ausgabe der Anleihe. Der Sekundärmarkt ist in diesem Zusammenhang sehr wichtig, da er jedem Anleger die Möglichkeit gibt, seine Wertpapiere vor der Empfälligkeit zu verkaufen. Zum Beispiel, wenn ein Anleger Liquidität benötigt oder seine Anlagen wechseln möchte. Ein weiteres Schlüsselkonzept ist das des Ratings. Wenn uns eine Anleihe auf dem Markt interessiert, versucht man zunächst zu verstehen, wie risikoreich sie ist oder, anders gesagt, ob die angebotene Rendite dem Risiko des Wertpapiers entspricht. In diesem Zusammenhang helfen uns die Ratings. Im Bereich der Anlagen stellt das Rating eine Bewertung der Solidität des Emittenten dar, bei dem es sich um ein Unternehmen, auch Corporate genannt, oder einen Staat handeln kann. Das Rating beurteilt die Solidität des Emittenten, das von spezialisierten und zugelassenen Unternehmen erstellt und veröffentlicht wird. Es ist ein nützlicher Indikator für den Anleger, um zu verstehen, wie risikoreich die Anlage ist. Vereinfacht kann man sagen, dass Ratings von spezialisierten Agenturen veröffentlicht und von professionellen Anlageexperten verwendet werden, um die Wahrscheinlichkeit der Rückzahlung von Schulden zu bewerten. Anleihenratings, die von AAA bis D reichen können, können je nach Agentur, die die Anleihe bewertet, variieren. Anleihen können von mehreren Ratingagenturen bewertet werden. Der Sektor ist jedoch ziemlich begrenzt, das heißt, es gibt nicht viele Akteure auf diesem Markt. Es gibt drei große Ratingagenturen, Fitch, Moody's und SP Global Ratings, die etwa 95% des Ratinggeschäfts kontrollieren. Die Ratings beruhen auf statistischen, makroökonomischen und politischen Analysen und berücksichtigen zahlreiche Risikoelemente. Die Existenz von Ratingagenturen und die damit verbundene Bewertung von Anleihen sind ein Versuch, den Anleihenmarkt transparenter und zugänglicher zu machen. Und habt ihr schon entschieden, wie ihr eure Investitionen diversifizieren wollt? Wenn ihr mehr über Investitionen erfahren möchtet, schaut euch auch unsere anderen Videos an. Und wenn ihr euch für den Aktienmarkt interessiert, haben wir ein weiteres Video für euch. Und wenn ihr euch für den Aktienmarkt interessiert, haben wir ein weiteres Video für euch.